Moin ihr Kapalken. Heute ist Tag 5. Tag 5, genau. Was haben wir heute gemacht? Heute haben wir bis jetzt noch gar nichts gemacht. Genau, wie spät ist es ungefähr? Keine Ahnung, 15 Uhr, 15.30 Uhr. Wir haben heute nur abgefault. Also Wetter war heute nicht so, dass man sagt, hey wir machen groß was. Aber wir gehen noch eine Runde über den Campingplatz. Nehmen euch mit, weil ich glaube davon haben wir euch noch relativ wenig gezeigt. Also einfach mal dranbleiben. Bis später. Schön, dass ihr ihn gerade gefilmt habt. Übernimmt's hier hinten. Was ist da? Ist ein kleiner Supermarkt. Genau, gute Auswahl und die Preise sind auch okay. Also mal gucken, vielleicht nehmen wir euch da auch noch mal mit rein, aber heute bestimmt nicht mehr. Schauen wir erst mal weiter. Bis denn. Hier links die Zelte sind Mietzelte. Wer keine Lust hat, die Zelte auf- oder abzubauen, kann sich dort Zelte direkt mieten. Feine Sache oder nicht? Hier macht mein kleiner Bruder wieder Faxen. Wie passt immer. Aber interessanter für euch. Auch rechts die Hüttenkammer. Ja hier hinter mir ist die Kinderanimation. Da kann man halt mit, gibt's dann halt bestimmte Angebote, wo man sich dann halt einen Film angucken kann, der da ausgestrahlt wird oder irgendwelche Wettbewerben mit Tischtennis oder Theatervorstellungen. Ja, dann gibt's hier hinter mir noch den Spielplatz, wo man, wo halt jeder drauf kann, wenn man da will und spielen hat. Da ist ein Trampolin, wo halt, das halt ein bisschen kostet, wenn man da rumpen hüpfen will, aber macht Spaß. Da kann man klettern gehen, wenn man Lust hat. Ja, waren da noch nicht drauf. Deswegen können wir es schwer einschätzen. Also, bleibt dran. So, Ian, willst du auch mal klettern oder was? Würde ich machen. Echt? Problem ist nur, mit wem willst du das machen? Mit dir. Mit mir. Mit meinem Rücken. Sehr gut. Fand ich nicht so die geile Idee, aber okay. So, jetzt gehen wir das erste Mal zum Pöbel, oder? Was? Na, zum Pöbel. Zu den Leuten, die alles, hier noch wohnmobile Mietzelte oder kleine Zelte haben. Oder nicht? Na ja. Nee, ist aber wirklich ganz schön groß hier, der Platz. Also, die wissen schon, warum sie hier einen Plan mitnehmen. Aber hier brauchst du GPS, um dich nicht zu verlaufen auf dem Ding. so. Wie ich schon erwähnt hatte, mein kleiner Bruder macht gern und oft Faxen und die Lauferei auf dem Kettchenplatz geht. Bye, hello. So, jetzt sind wir hier hinten im Waldstück. Hier soll das Indianer geben. Ja gut, vielleicht nicht Indianer, aber so Tippi-Zelte. Wollen wir uns mal angucken. Mal gucken. Bis gleich. Hier kann man die Tippi-Zelte schon leicht sehen. Hier sind wir am Eingang vom Tippi-Dorf. Hier filmen wir nicht, weil hier zu viele Menschen sind. Wir sind jetzt hinter dem Tippi-Dorf, wo sich die größten Mietshäuser befinden. Hier ist irgendwie ein Beleck auf dem Tippi-Dorf. Hier ist es so. Hier ist es so, wenn wir gehen. Hier sitzen die Tippi-Kindelt und Kinder werden und die Tippi-Dorf ist auch in der Zeit, Da ist es so, wenn man sie diskutieren kann. Vielleicht kann man sich ja dank unserer YouTube-Einnahmen beim nächsten Mal auch so ein größeres Mietzhaus wie da leisten. Jetzt kommen wir zum zweiten Spielplatz auf dem Gelände und hier gibt es einen kleinen See zum Planschen für die kleinen Kinder und einen Piraten, was mein Bruder gleich mal testet. Mani! 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 Natürlich wollte ich auch meinen Spaß haben, deswegen erstmal eine Runde hüpfen. Die wollen immer so groß sein. Und dann werden sie doch mal zu Kinder. So der Bruder von ihnen der will noch ein bisschen rutschen. Erzähl mal wie war es hinten? Siehst ein bisschen fertig aus, deine Frisur ist ein bisschen durcheinander. War anstrengend halt. Hast keine Konditionen mehr. Müssen wir dich hier noch eine Runde über den Campingplatz hören. Nein. Klar, Fitness, Fitness. Es ist Urlaub. Ja. Du machst aber zu Hause, weil Sport eigentlich auch immer Urlaub, oder? Aber war es aber okay, oder was? Ja. Na, den hast du dir wehgetan? Nö. Ja. Gut, denn bis später. Jetzt gehen wir noch mal kurz runter zum Wasser. Ja. Gucken da. Ja. Wasser gucken, Wasser gucken geht. Kann man. Ja. Ja. Pass auf, dass ihr mir irgendwo gegenleist. Oder schön für das Video. Schlecht für dich. Also, bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Also mal wieder die berühmt-berüchtigten Treppen runter zum Wasser. runter geht ja noch. Bohr ist schlimmer. Gut. Ja, dann gehen wir. Jetzt am Wasser sehen wir erstmal N. Enter, Ente. Ente, 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 Ente. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Achso, Ente, Ente, Ente Da kommt die Flut Da kommt die Flut Da kommt die Flut Aber dieses Mal, Ente mit zwei Booten Da kommt die Flut Da kommt die Flut Da kommt die Flut Ein ganz schöner Anstieg Steiler als man denkt So, der Ion ist hier gerade ordentlich am Keuchen Weil ich ein bisschen bergauf gehe Der ist ja völlig trocken Ich kann nicht mehr Also doch ein bisschen Konditionstraining machen Muss sein dann wahrscheinlich Hier links seht ihr die Bühne, wo abends Theater und Musicals gezeigt werden Jetzt geht's mal wieder bergab Das ist ein paar Weibungs Und wieder bergauf. Ich muss echt an meiner Kondition arbeiten. Was war denn heute gewesen? Heute war ein Abgammler-Tag. Was war für ein Tag? Abgammler-Tag. Achso ein Gammeltag, ein Chili-Milli-Tag. Und dann sind wir noch ein bisschen hier auf dem Platz rumgegangen. Genau, du bist gehüpft, wir waren eben unten am Wasser. Ich hoffe, die Bilder haben euch gefallen. Mein Bruder und seine Mama sind gerade noch einkaufen hier in dem Minimarkt hinter uns. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. In diesem Sinne würden wir sagen bis morgen. Bleibt dran, abonnieren und ihr verpasst auch nichts. Oder? Ja. Noch irgendwas zu sagen? Wirklich? Schreibt in die Kommentare, was wir vielleicht noch machen sollen, was ihr wisst, was hier in der Nähe ist. Echt? Meinst du? Okay. Egal, bevor wir uns hier verzetteln, an dieser Stelle sind wir raus. Luxemburgóf 2 Gruppenость